Ich muss noch gegen mein Schwiegersöhntchen. Oh ja! Immer so lustig! Wie komm auf, mach ich jetzt? Oh mein Gott! Ich gebe dir jetzt nicht mehr Tanzen. Ihr wisst ja, das war's dann das Freude Nacht. Ich hab's mal los. Auf, drei, zwei, eins und go! Das ist immer noch mein Satz. Na, wie geht's? Drei, zwei, eins, du... Drei, zwei, eins! Es hat schon mal angefangen. Die Wissen ist immer für mich, da hab ich nicht so gerne. Wenn du willst, kannst du rein. Dann bist du wieder angepistet. Ich hab gegen euch. Kann ich was testen? Ich könnte gerne noch eine Revenge machen. Kein Problem. Ich hab keine Revenge. Bis ich weh hab mich sein Arm nicht gut. Hallo? Der hat gesagt, ich soll beide nehmen. Habt ihr gesehen? Die liebe Erfrau wieder. Mama, tu nicht. Ah, mein Amt ja gleich Pater. So, jetzt ist es nicht klar. Oh! Ja, mein Lebens tut mir da schon immer was weh. Seit Tagen, Monaten, seit dem Auto. Warum? Wollte ich nicht. Ich sollte es eben lassen. Nee, ich mach das für meine Community, Jungs. Girls, aber für euch. Auf, drei, zwei, eins, los. Mein Bruder zickt mich die ganze Zeit von der Seite an. Zickt. 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 Ne Zickmaus. Tickt. 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 Sie gibt alles. Tschüss! Mach mich fertig, meine Lieferung!